Eigentlich nicht ganz typisch für uns, weil keine Federschiene dabei ist. Nichtsdestotrotz gern genommen und gerne verkauft. Das Format A4 als Vorlagemappe. Hier haben wir einfach nur einen Block drin. Ganz viel, ganz schlichtes Leder. Auch die Außendecke ist nur aus einem Stückchen Leder. Und hier hinter dieser großen Wand, auch hier verdeckt, wie immer bei uns, die Möglichkeit, Kreditkarten oder Visitenkarten unterzubringen. Hier schönes Schweinsfilur. Ganz edel, ganz schön. Vielen Dank.